Willst du noch ein letztes machen? Ja Ich lad einen Ok, nächste Runde Arams Messerschneude Wieder gegen Master King Arthur Zwei Rankeds gewonnen Zwei Rankeds gewonnen Nicht schlecht Ok, welcher Jump willst du machen? Ja, ich geh grad nach Hast du nen Vorschlag? Alter, nee, ich hab keine Ahnung Ich lass einfach mal spielen von den Leuten, die spielen wollen Weil ich mein, ist er die Herausforderer Oder bin ich der Herausforderer? Keine Ahnung Warte, den könnten wir echt spielen Hatten wir, ähm Riven? Nein, hatten wir noch nicht Weiß Riven, ja? Was? Ok Riven, ja? Ja Alles klar, dann Riven Das wird, ich kann halt Riven einfach mal überhaupt nicht Ich kann sie eigentlich Ist bei mir so die Champions, wo ich überhaupt nicht kann Die gewinn ich meistens Und die Champions, wo ich kann, die verkack ich meistens Das ist halt so, weil ich mir die Champions, wo ich kann Mit der weiß ich halt, wie ich greppen muss bei den ganzen hier In der Eno, wo ich spiele Und dann verkackst du das meistens, weil die sich irgendwie anders bewegen, gegen die du spielst Wir haben einfach dasselbe Ich wollte Barrier nehmen, aber Oh Oh Ach du Scheiße Das wird witzig Das wird wieder so ein Assi-Game, ey Naja, schau mal, schau mal, wer Mehr Gas gibt Ich kann der Riven echt null, Alter Ja Champ hab ich einmal durch Mystery Champ Achso Hab ich nur zwei mal gespielt oder so Schön Du hast du schon mal NAV Live und nicht nur во Flyte Ja Das war Outplay, das war Outplay ARHAUHAUHHAUH LCS Alter Wohin geht meine Q, alter? Was ist das? Wohin geht meine Q, alter? Oh, dieser Champ, ey Der ist so broken, ey Der ist einfach der behindertste Champ Der ist so broken, oh, dann hat der den Timo Ja, und Timo Komm, 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 komm Minions, 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 alter Minions! Wieso habe ich einen Tower getankt, Alter? Das wusste ich gar nicht. Der hässliche Minions, Alter. Ohne Witz. Das sind Minions, Alter. Keine Minions, Minions. Wie willst du Minions? Nice, erst das Blut. Jetzt bist du schon wieder da, ey. Oh mein Gott, hättest du nicht jetzt geexecuert, ey. Ja, was soll ich da machen? Ja, super. Okay. Master King Arthur, ey. Na, warte, na, warte, na, warte. Du hast... Alter, ich hab schon wieder übel AD mehr als du. Aber du bist Level... Alter, ich bin auf Level 5, lol. Ja, du hast auch Fremd-Omptirische-Steptor. Nee, ich tu dich jetzt ein bisschen outfarmen, sorry. Du kotzt mich langsam an, ey. Nimm mal das Heal, da. Oh, wo bist du, Junge, wo bist du? Alter, ich mach's Platz. Ich bin Level 6. Ja. Oh shit. Alter, wie er sich hochheal, ey. Alter, das ist halt einfach das mobilische Zepter, ne? Lola, einfach mal zwei Tower-Hits. Ja, ist okay. Alter, mich kotzt sein Scheiß-Tower an. Wir haben jetzt gerade beide gestandt. Oh shit. Nein, das war ne gute Aktion. Ah, ich krieg noch ein bisschen Leben dazu. Ich freu mich nicht. Oh, ich wär fast in die Hände reinkommen. Das war knapp. Nein, ich wollte die gerade eh drücken. Ja, das hätte, glaube ich, nichts gebraucht. Ja, okay, doch, stimmt. Das hätte eigentlich nichts gebraucht. Die Ulti, die macht gut Schaden, Alter. Ich glaube, da brauchst du. Ja. Da bringt dir da eh eh nichts mehr. Fall, 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 fall. Nein, nein, verbiss euch. Nein. Oh, okay. Ah. Das ist so viel gelegt. Ah, nein. Ah, es ist so cool. lol 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 ja camp haltet dem scheiß bursch nee nee tue ich nicht mach lieber mal die minions weg alter hehehe ach so das ist auf die in die tasse gelegt verreckt verreckt ahhhh ich bin gestorben nein nein ich hab gedacht das schaffst du nicht mehr ahhhh shit wieviel AD hast du? äh 139 lol ich hab 195 ey ja das liegt ja auch an den Lunen Masu ja shit du hast doch Bloodduster oh nein nicht schon wieder Bloodduster die Tragödie geht weiter ich verfalle du hast die Spitzhacke man als ob du nicht betäubt wirst er ist weg wieder zum Tower ja ja dein scheiß Tower ey ach hehehe wir sind ein paar Pärchen naja ein ultischen Tod glaube ich jetzt den Tower wieder aufgeschnitten nein nein oh my god oh my god oh shit irgendwann fällt jemand entweder deinen Tower oder du du musst mich irgendwann holen weil ich ich mach die Minute immer kaputt und irgendwas fällt also meine Minutes machen halt irgendwas mal kaputt entweder dich oder den Tower ne obwohl ich kann ja jetzt kommt oh nein das lag bloß am Ex-Amband am Schöpfen oh shit so fällt dir die Bitte mal das ist die große Frage ne wieder da aber ich bin keine große Last hydra ohho tschüss da 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 wie die wie die selbe Animation ist beim Gehen alter ich hab keinen Coop aaaaah ok das war ein Fehler das war ein Fehler oh jetzt guck her oh nein dachte ich dachte ich jetzt ohne dich nochmal oh shit get dunked ok jetzt war kein Dunked aber scheiße 3 zu 3 jahre dann nehm ich wieder oder fällt bald oh man Riven ey so ein broken jam ey Timo wärs echt viel schlimmer alter oooooh ich wollte mir eigentlich auch ich hab überlegt ob ich mit Hydra kauf oder Bluetooth hab mich aber dann für Bluetooth entschieden und jetzt hab ich auch schon Tiamat bei den Flächen damage ist halt ok ja ich hab jetzt aber wieder 60 A mehr als du oh man lol das war gut was gewartet bis ich mein Zeug raus hatte nein ja na warte jetzt hab ich gleich Ulti na warte hör mal mich jetzt verpisst euch warte jetzt alter warte entweder du oder ich oder du äh ne ich NICE NEIN jetzt hinter dir die Q machen na ja gestorben ja du hättest die Ulti ausweichen können aaaaah alter 311 ich hab erst 240 alter das war eigentlich übel schlecht gespielt von mir grad weil du hättest mich übel leicht killen können äh hätt ich Ulti dann wärs echt aus aber aber ne auch ohne Ulti du hättest mich einfach weiter chasen müssen lol lol du critis was geht denn ab du critis ich hab 1% crit ich hab 2% jo wahrscheinlich was musst du für luck haben bei 1% crit dich grad zum crit alter du hast den crit gemacht ey 1 crit ich hab jetzt den bluetooth und die Hydra voll der Lebensraum ist so krank der Lebensraum ist so krank ich bin am Arsch alter naja du hast auch schon Riesenschwerde aber Riesenschwerde ist halt für den Arsch beim bluetooth schlusser oooohh gut nein, nein, nein nein, 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 nein oh mein god ooh shit, alter war das knapp ne NEIN! LOL! Oh shit, Alter! NEIN! 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 STIPP! STIPP! NEIN! DAS IST NICHT DEREZ! Geisse, was geht hier ab? Ich kann mich wieder hochgehen. HUH! NEIN! NEIN! Z' hat der auch noch geknallt! Z' hat der auch noch geknallt! Z' hat der auch noch geknallt! Ich habe erst 226 AD! Ich bin schon bei 300! Naja, wenigstens machen wir jetzt Superpassaltes noch ein bisschen was! Oh shit, Alter! Das war krass! Scheiße, ich habe nicht gedacht, dass du noch geknallt hast! Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Mach mal eine Tower! Komm, mach die Minis noch ein bisschen was! Ah, schade! NEIN! 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 Ich bin guter! LOL! Das war ein unnötiges... Erschöpfen! Nein, Alter! Boah, Junge! Alter! Jetzt glaube ich, jetzt habe ich gegründet. Ich bin mir mal da sicher. Oh mein Gott! Ich habe full life! Ich habe full life! Das ist doch ein Witz, Alter! Alter, Vater, ey, das war echt... Das war jetzt echt... Das war echt krass, Alter! Das war jetzt echt ganz knapp, ey! Ja, inhibitor, fall! Witzig! Was?! Komm, das schaffst du! Ja, ne... Respawn! Komm, inhibitor, respawn! Ja! Super! Den mache ich wieder da unten. Oh ja, ne, ne. Ne, 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 ey! NOOOOOI! Ja, ich bin eh... Hab eh ver... Na... Boah! Lol, der Minion... Lack! NICE! GG! Aber es ist immer so ein GG! Los Minions, ich schaff das! Ihr seid... Ihr seid weniger, aber ich schaff das! NICE! Oh, shit! GG! Geil, ey! Oh, shit, Alter! Riven, ey! Das war lustig, ey! Jo! Äh... Hat Spaß gemacht! Haha! Jo! Dann... Danke fürs Zuschauen! Macht's gut! Dir, was sag ich auch! Servus, gell! Hatte Spaß gemacht! Ja... Ja, tschüss! Los Let's go! God